Wir wurden zum dritten Mal nominiert für den deutschen Nachhaltigkeitspreis und es wird nicht schlimm, auch diesmal nicht zu gewinnen. Denn bisher gemahnen auch schon mal Aldi, Axel Springer oder Ikea. Deshalb verlinken wir auf eine Dokumentation, in der die Zeit, in der die finanziellen Hintergründe des Preises erklärt werden. Hihi, was uns zur Verleihung der goldenen Ratte motivierte.